jo meine freunde was geht ab herzlich willkommen bei den xap bros ja leute neuer tag neue news xap news xap deutschland die familie ist nun mal wieder am start es ist nun mal so wie es ist wir sind heute an diesem grünen dienstag wieder mal am start leute wir haben sehr geile news die richterin hat alles unterzeichnet von whipple und ssc dass sie sich einigen können abgesehen davon deutet alles darauf hin schauen wir uns auch an dass am 9 november es eine einigung gibt und als wäre das nicht genug hat der brad gallinghaus der ceo von whipple hat auch ein interview abgegeben und hat gesagt hey wisst ihr was whipple konzentriert sich nur auf xap ne focus liegt bei xap ja pack dir mal an die glocke louis ne so einfach ist das ich würde einfach mal sagen leute dies und vieles mehr natürlich in diesem video und um uns zwei und vor allem die familie an diesem grünen dienstag zu unterstützen ja abonnieren wir wenn wir noch nicht sind diesen kanal schauen das video von anfang bis ende und auf jeden fall louis lassen wir ein like da in diesem sinne rein in die olga so leute in jeder unserer video beschreibung findet ihr einen link zu bidwavo einfach sicher und mit paypal kryptos kaufen meldet euch über unseren link an und ihr bekommt 10 euro und die ersten 1000 euro sind gebührenfrei so louis grün grün sind alle meine kleider ne und die letzten wochen haben wir auch gesehen dass bei viel und green index wir erstmal bei orange waren dann bei gelb jetzt mittlerweile sind wir bei grün und es hat sich positioniert dass wir endlich bei grün angekommen sind und wo geht die reise hin alle sind gerade bullisch und da wollten wir noch eine kleine warnung vorab gesagt haben ja ganz wichtig hier zu sagen dass das sentiment gerade sehr sehr bullisch ist dass alle wieder ja gerade denken dass wir zum mond fliegen wie gesagt man sieht es hier im vielen greed index was ganz ganz wichtig zu sehen ist auch dass sehr sehr viele trader hier auf long setzen und wir wissen immer wenn alle auf long setzen passiert meistens genau das gegenteil und es wird short gehen deswegen hier nochmal der kleine disclaimer an die leute die traden und die leute die emotional nicht so ganz am start sind deswegen passt ein bisschen auf es kann natürlich jetzt in der nächstzeit auch wieder schön mit einem rücksetzer gerechnet werden aber hier mit sehr sehr interessanten xap news die wir noch haben und zwar ripple triumphiert als richter torres die klage gegen brett garlinghaus und lassen abweist hier sind ja sehr sehr interessante dinge passiert und zwar die richterin torres vom us district court in new york hat offiziell einen beschluss unterzeichnet mit dem die von der us security and exchange commission gegen die führenden köpfe von ripple und zwar brett garlinghaus und christian lassen erhoben anklage abgewiesen werden diese unterschrift bestätigt die beendigung der vorwürfe im zusammenhang mit den xap verkaufspraktiken von ripple also auch hier leute der nächste große schritt im bereich regulatorische klarheit und brett garlinghaus und chris lassen mit dem nächsten großen sieg ja die tinte ist jetzt auf jeden fall trocken luis ne und jetzt kann das auf jeden fall zu ende gehen ne das ist für mich auch sehr wichtig dass diese schritte gemacht wurden und die richterin hat der sec auch klar gesagt gehabt hey hier ist auch mal schluss und die sec immer wieder einspruch 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 ja irgendwann mal will die sec auch mal ihr gesicht bewahren und jetzt ist anscheinend der zeitpunkt gekommen ja leute hier haben wir einen sehr sehr interessanten artikel und hier muss man etwas genauer hinschauen und zwar was wir hier sehr interessantes rausgelesen haben ist genau das hier ein brief der sec an richterin torres deutet ebenfalls auf einer möglichen einigung bis zum 9 november hin und das ist sehr sehr interessant wenn man den punkt jetzt hier betrachtet könnte der punkt von gerade mit dem nächsten sieg von brad garlinghaus und chris lassen sehr sehr interessant sein wenn wir hier das datum den 9 november haben und zwar noch mal ripple und sec werden sich in nächsten monate einigen der 9 november ist nun das wichtigste datum für investoren zu diesem zeitpunkt beabsichtigt die regulierungsbehörde sich mit ripple zu treffen und zu beraten wie aus dem brief der sec an richterin torres hervorgeht obwohl es keine bestätigung von beiden unternehmen gibt erwarten enthusiasten dass dieses treffen zu einer beteiligung des rechtsstreites führen wird ja sinan ich weiß nicht gibt es ja viele meinungen dazu ähm was sagst du dazu ja die community ist auf jeden fall positiv eingestimmt wegen dem 9. november da wird sich die sec mit der ripple führung und den anwälten treffen und es könnte wirklich sein dass wir am 9. november eventuell ja eine einigung kriegen natürlich das sind nur spekulationen wieder leute ne und wir haben wieder ein datum aber es geht anscheinend voran das ist schon mal ganz wichtig dass es vorangeht und ähm ja lasst das mal zu ende gehen dann pros malzeit dann freuen wir uns auch ja leute steinigt mich nicht aber ähm ich denke dass wir dieses jahr ähm das ende nicht sehen werden meine theorie dazu ist ganz klar äh quartal 1 quartal 2 2024 ich denke dass wir wirklich ähm ja dass das alles 100% passen wird mit äh ja der genehmigung der bitcoin etfs mit der geschichte mit coinbase ich denke dass sehr sehr viele dinge zusammenspielen das halving der start des bullruns also viele indikatoren und kann mir wirklich vorstellen dass wenn es alles so sein sollte ne ja der bill morgen ne hat auch dazu gesagt wegen den howie test ne er sieht nicht dass zwei punkte mindestens eingehalten wurden in den howie test und der geht davon aus dass die sec nicht gewinnen wird und ja ich gehe aus dass sie eine einigung machen und die es kann sogar sein dass die sec sagt weil wisst ihr was ja komm ist gut gewesen wir haben keine lust mehr wir haben keine kraft mehr und es ist ja wirklich so luis ne ich habe mir jetzt die letzten tage auch sehr viel darüber angesehen durchgelesen etc ne und die sec will ganze zeit davon ablenken was damals alles geschehen ist ne damals mit äh mit eth mit bitcoin etc irgendwie will wirklich natürlich klar die sec ganze zeit davon ablenken und ja jetzt kann es auf jeden fall zu ende gehen sind ja auch riesen korruptionsskandale die da passiert sind wenn das wirklich aufarbeitet wird dann werden da auf jeden fall noch köpfe rollen es wird unglaublich was da passiert und hier ne der bill morgen der nochmal die chancen der sec auf äh wirklich grandiose 3% ähm gesetzt hat finde ich nochmal sehr sehr interessant und ich bin gespannt wie es wirklich äh ja abgeht ob wir dieses jahr noch das ende sehen oder eher nächstes jahr deswegen leute abwarten und zurücklehnen ja der jackson whipper hat wieder mal was gepostet und luis eigentlich muss das nicht rein ne aber ich wollte nur sagen guck mal der macht einen riesen boom macht der jackson whipper und dann denkt man warum und dann zeigt er einfach so ein plakat in new york city ne einfach nur ein plakat kann man nicht sagen aber es ist wieder mal ein plakat und sind sie auf der richtigen seite des fortschritts steht auf jeden fall drauf ja luis sind wir auf der richtigen seite des fortschritts ne whipple hat anscheinend plakate wieder mal verteilt in amerika und so kann es auf jeden fall weitergehen und jetzt schauen wir uns an was der ceo von whipple sagt ja und der ceo der brett garlinghaus betont nochmal dass sich whipple äh speziell auf xap konzentriert nochmal hier an die ganzen leute die immer wieder behaupten whipple wozu brauchen sie xap ähm das ganze system läuft ja auch ohne xap und so da muss ich ja immer noch sagen was ist genau das besondere an whipple wenn es nicht xap ist gerade die revolutionäre technologie als brückenwährung ist mit on demand liquidity ist einfach unglaublich und hier nochmal in einem interview mit dem moderator von metago talks ähm äußert sich red garlinghaus optimistisch dass sich das unternehmen ausschließlich auf xap konzentrieren wird der ceo bestätigt dass der digitale vermögenswert für mehrere anwendungsfälle zu den grenzüberschreitenden zahlungen und überweisungen gehören hocheffizient ist aber obwohl auch das unternehmen viel xap besitzt sind sie definitiv keine maximalisten der kryptowährung und stellen fest dass es einen platz für mehrere andere digitale vermögenswerte wie bitcoin gibt ne ganz wichtig leute ja es gibt nicht nur bitcoin ne louis so einfach ist das interoperabilität wichtig leute ja da sind doch immer diese leute die sagen ah guck mal die haben partnerschaft damit gemacht und die machen es nicht mehr mit xap die haben partnerschaft damit gemacht die macht sich mal mit ripple und so ja und er sagt ja auch es gibt wir sagen es immer wieder ne es können auch mehrere sachen nebeneinander laufen es muss doch nicht nur eine partnerschaft sein und man konzentriert sich nur darauf wir gehen ja auch nicht in einen supermarkt und da gibt es nur eine joghurtmarke oder eine joghurt sorte ne man hat mehrere das ist nun mal so wie es ist leute ja genau deswegen auch stichwort amm also automaker market maker und so weiter was in zukunft noch alles drauf zukommt interoperabilität ist sehr wichtig damit die ganze ökosystem funktionieren kann einfach fakt ich finde es einfach auch richtig super dass huppel sich auf xrp konzentriert und das richtig einfach mal sagt in deinem interview doch mal klar zu stellen hey wisst ihr was wir konzentrieren uns auf xrp so einfach ist die sache so ich wollte noch mal vorab gesagt haben ich werde für die nächsten woche ins krankenhaus gehen und der louis wird hier vor ort alleine sein deswegen wünsche ich mir einfach nur dass ihr den louis die nächsten tage und vor allem wochen unterstützt ich werde auf jeden fall von der ferne zuschauen und immer wieder in den kommentaren mitmischen ich werde mein laptop im krankenhaus auch vor ort haben und werde immer wieder wenn ich kann und in dem stande bin euch versuchen zu antworten und ja ein teil sein ja um den louis ja die nächsten tage zu unterstützen will ich einfach mal sagen wir lassen alle auf jeden fall ein abo da und danke für die zwölftausend abonnenten die wir mittlerweile sind wir sind zwölftausend xrp soldaten unglaublich die zwanzigtausend die werden definitiv kommen lass erstmal schritt für schritt die packen wir uns ja die 15.000 erreichen dann 20.000 ja und dann liegen wir sowieso irgendwann mal alle zusammen und vielen dank dass ihr immer am start seid immer ein kommentar da lässt immer ein like da lässt das bedeutet uns sehr viel ja auch von mir riesen dank ohne euch ist die ganze geschichte nicht möglich ich weiß noch wie wir angefangen sind bei mir im wohnzimmer ist unglaublich wie wie in der kurzen zeit ähm sag ich mal was alles passiert ist deswegen riesen dank an euch alle ähm auch riesen dank an unsere werbepartner auch da wir haben links bei uns mit mega geilen bonis und vorteilen in der beschreibung schaut gerne vorbei bei mit wawo femex wirklich sehr sehr geil auch da danke und in diesem sinne leute ja leute wird auch nur ein teil unserer instagram telegramm tiktok seite leute in diesem sinne auf die mann und auf die mann und bleibt den kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden im kryptosektor sind wir alles entler oder kunden der kryptosektor hat genug benzin in seinem tank sinan luis bio doppelt set sagt von herzen dank